Wenn du auf Kununu gehst und dich durch die verschiedenen Unternehmensprofile klickst, wird dir eine Sache bestimmt auffallen. Die Profile unterscheiden sich nicht nur durch ihre Namen, sondern auch durch ihre Optik und Inhalte. Aber was bedeutet das jetzt genau? Kununu bietet Unternehmen die Möglichkeit, durch ein kostenpflichtiges Angebot das vorhandene Gratisprofil mit mehr Funktionen auszustatten. Wir sprechen dann von Employer-Branding-Profilen. Unternehmen, die hierfür zahlen, können ihre Kununu-Profile befüllen, wie z.B. das Logo einfügen, Bilder hochladen sowie die Texte über die Unternehmensgeschichte hinzufügen. Sie können sich also als attraktiven Arbeitgeber darstellen und ihre Stärken hervorheben. Das bedeutet jedoch nicht automatisch bessere Bewertungen. Nur ein positives Arbeitsumfeld schafft zufriedene MitarbeiterInnen. Was ich dir noch mitgeben möchte? Auch wenn wir mit den Employer-Branding-Profilen unser Geld verdienen, nimmt das zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die abgegebenen Bewertungen. Die Kununu-Richtlinien und auch die Prozesse in der Qualitätssicherung gelten für alle NutzerInnen unserer Plattform gleichermaßen. Bewertungen 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 Vielen Dank.